Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist wieder ein Mittwoch angetreten, wo ich ein Video zur Produktsuche mache und ich möchte euch die Produkte vorstellen, die ich bislang für meine Abonnenten bzw. meine WhatsApp-Gruppe, wo ich Produkte und Deals poste, wo man recht gut zugreifen kann, weil diese Deals sind recht profitabel meistens und da erläutere ich das Ganze. Und da möchte ich eine kleine Zusammenfassung machen in diesem Video und euch zeigen, wie ihr an gute Deals kommt und wie ihr diese Deals direkt per WhatsApp auf euer Handy bekommt. Das Ganze in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, wie angekündigt möchte ich eine kleine Zusammenfassung machen der Deals, die ich in den letzten 1-2 Wochen gepostet habe und dementsprechend möchte ich euch zeigen, wie profitabel diese waren. Einige davon sind schon ausverkauft bzw. sind nicht mehr angeboten und andere sind noch aktiv. Wenn du solche Deals bekommen möchtest und gerne Produkte kaufen und verkaufen möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung die Beschreibung, wie du dich für den Newsletter per WhatsApp anmelden kannst und dementsprechend per WhatsApp von mir direkt diese Deals bekommst. Diese sind super schnell, deshalb können diese Deals innerhalb von wenigen Minuten auch ausverkauft sein. Da lohnt es sich tatsächlich super schnell zu sein. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und gerne erfahren möchtest, wie du Artikel kaufen und verkaufen kannst und das Ganze auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke. So bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. So und wir schauen uns mal die Deals einfach mal an. Ich beginne hier mal mit Fossil. Da habe ich einige Deals schon gepostet von Fossil, denn Fossil macht so, dass hier Auslaufmodelle super günstig angeboten werden. Und zwar, wenn ihr dann auf Outlet klickt, schaut hier öfters vorbei, denn das Sortiment wechselt hier stetig. Und dementsprechend sind hier einige profitable Sachen auch immer dabei. Und da habe ich einige Posts schon gemacht und man konnte damit und kann immer noch sehr gut Geld verdienen. Ich habe das früher sehr lange gemacht, sodass ich solche Waren gekauft habe und wieder verkauft habe bei Ebay, Ebay Kleinanzeigen und habe damit super viel Geld verdient. Deshalb wird das sicherlich auch für dich profitabel sein. Wir schauen uns hier nur ein paar Sachen an. Wir sehen hier zum Beispiel reduziert von 229 auf 159. Ja, diese Preise sind nicht reell. Die kann man so auch nicht unbedingt erreichen. Aber für 199 Euro ist es durchaus machbar, so eine Smartwatch auch weiter zu verkaufen. Und ihr müsst sehen, 159 Euro. Ihr könnt hier, wenn ihr hier oben seht, könnt ihr euch noch für den Newsletter anmelden und bekommt noch weitere 15% auf diese 159 Euro drauf. So, wir haben hier zum Beispiel, da seht ihr es, oben steht das hier mit den 15% auf alles. Ja, auch reduzierte Sachen. Genauso auch dieses Modell hier, worauf ich ein Auge geworfen habe und in die Gruppe gepostet habe, beziehungsweise für den Newsletter, WhatsApp Newsletter. Und hier war es wirklich profitabel. Dieses Modell ist super gut. Natürlich Geschmackssache bei Schmuck, aber derzeit ist Sommer und viele legen Wert auf Schmuck. Deshalb wird sowas definitiv laufen und dementsprechend gewinnbringend weiter zu verkaufen. Gucken wir uns dieses Modell an. Eine Herrenuhr hier für 69 von 199 Euro. Ist auch Geschmackssache, jedoch war dieser Deal aktiv. Den habe ich auch gepostet. Ist derzeit ausverkauft. Hier hätte man nochmal 15% drauf bekommen können. Und dementsprechend hätte man es 59 Euro oder so kaufen können und weiterverkaufen können. Wir können hier einfach mal ein Beispiel nehmen und anschauen, wie das gerade bei Idealo verkauft wird. Und wir sehen hier, der Preis fängt hier ab 129 Euro an. Bei Amazon und bei Ebay sogar für 139 Euro. Also für mehr als das Doppelte konnte man diese Uhr weiterverkaufen. Jetzt ist sie leider schon ausverkauft. Aber wer weiß, vielleicht kommt da noch was rein. Schaut am besten immer wieder rein. Informationen werde ich euch unten in die Beschreibung packen. Alles, wo ihr diese Seiten dann dementsprechend aufrufen könnt und das Ganze weiterfinden könnt. Auch dieses Modell hier von Fossil war so, dass von 149 auf 74 reduziert. Ist auch ausverkauft vergriffen. Das habe ich gepostet. Dementsprechend ist es hier weg gewesen. Und auch hier hätte man noch weitere 15% bekommen können. Sehr hübsches Modell. Frauenuhr und dementsprechend auch weiter profitabel weiter zu verkaufen. Auch hier haben wir noch einen Deal. Der ist übrigens noch aktiv. Nur noch wenige Stückzahl lieferbar. Hier von 109 auf 54. Man könnte diese Uhr jetzt unter 50 Euro bekommen. Und könnte, so grob geschätzt, für 80, 90 Euro weiterverkaufen. Bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen. Dementsprechend könnte sich das noch lohnen. So, genug von den ganzen Fossiluhren. Schauen wir mal weiter bei den Amazon Deals. Und Amazon lohnt sich tatsächlich auch super. Dieses Set hier habe ich auch gepostet. Es ist so eine Werkstatt Einlage. Beziehungsweise hier ist ein ganzer Schlüsselsatz mit bei. Und ihr seht es hier. Das ist ein Chart von Keeper. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, wie ihr das Ganze bei euch aktivieren könnt. Nicht bei jedem ist das standardmäßig direkt aktiviert. Oder generell bei keinem. Das muss man als Add-on für deinen Browser installieren. Und wenn du das auch bei dir angezeigt haben möchtest. Denn das ist die Historie der Preise in der Vergangenheit. Das Ganze kannst du hier zurückverfolgen, solange dieser Artikel schon gelistet ist. Findest du unten in der Beschreibung das Video oder oben hier in die Infobox. Packe ich dir das mal rein. Kannst du dir gerne anschauen. Und anhand dieser Analyse mache ich das Ganze auch. Und stelle mir hier Preisüberwachungen. Und sehe dann direkt, wenn ein super Preis kommt. Dann kriege ich hier direkt eine Mail. Beziehungsweise wird mir direkt vom Browser benachrichtigt. Unten rechts wird das angezeigt. Hier ist ein Preisnachlass. Beziehungsweise ein Preissturz. Und wenn man das Ganze mal einfach anschaut. Drei Monate, ein Jahr lang. Dann muss man kein Profi sein, um Chartanalyse hier zu machen. Denn es ist immer super teuer gewesen. In der Vergangenheit hier vom Oktober letzten Jahres war das Ding über 130 Euro wert. Und dann ging das natürlich ein Stück zurück wieder für 107. Und dann hier den letzten Post, den ich hier gemacht habe am 21. März für 67 Euro. Das gab es in der Vergangenheit noch nie. Deswegen kann man davon ausgehen, dass hier ein Preis wieder nach oben kommt. Und das ist auch so gewesen. Das Ding kostet jetzt für 143 Euro. Auch hier hätte man super, super viel Geld verdienen können. Leider ist das Ganze vorbei, wie gesagt. Und war auch super schnell vergriffen. Man muss dazu sagen, diese Sachen sind auch teilweise begrenzt. Amazon verkauft die selbst. Und dann wird teilweise das Ganze eben kurz gemacht. Eine gewisse Stückzahl von 100 Stück vielleicht ausverkauft. Und dann ist der Deal auch schon beendet. Genauso haben wir das hier bei diesem Mikro gehabt. Wir haben hier eine sehr lange Zeit. Das Mikro ging stetig hier runter und ging hier weiter, 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 weiter runter. Bis es dann 22 Euro gekostet hat. Und diesen Deal habe ich natürlich auch gepostet. Hier hätte man nur ruhig zugreifen können. Und wer hier das Ding für 22 Euro bekommen hat, kann sich natürlich jetzt freuen und das Ganze hier für 44 Euro weiterverkaufen. Man kann es hier problemlos bei Amazon listen. Und dementsprechend werden wir mal schauen. Hier gibt es Gebrauchte. Neu ab 44 Euro. Super Deal. Also wenn das nicht profitabel ist, dann weiß ich auch nicht. Und es würde mich freuen, wenn einer von euch, der diesen Deal bekommen hat, gerne unten in die Kommentare ein Kommentar hinterlässt, ob er denn hier zuschlagen konnte oder zugeschlagen hat. Und dementsprechend das Ganze gewinnbringend weiterverkauft hat oder noch verkauft. Ich würde mich freuen da über eine Rückmeldung. So, dann gehen wir einfach mal weiter zu diesem Set hier. Das Ganze wird hier aus Großbritannien angeboten und zwar von der Amazon-Seite. Und wir sehen auch hier diesen Chart der letzten drei Monate. Und hier ging das Ganze immer bergab und dann wieder hoch und bergab wieder hoch. Und hier ist momentan ein sehr, sehr guter Preis. Man sieht es hier für diesen Helikopter. Kriegt man gerade echt super günstig. Und ich glaube, das ist ein Produkt, was man jetzt auch im Sommer gerne spielt. Ist natürlich auch im Haus zu bedienen. Es war schon öfters bei diesem Preis, aber es kam auch immer wieder zurück. Ihr seht es hier. Und so ein Artikel ist natürlich für Dezember, für Weihnachten super gut. Dementsprechend, wenn das gerade hier ist und man hier zugreifen kann, was ja noch machbar ist, dann sollte man das eventuell tun, um das vielleicht für die Weihnachtszeit wieder weiter zu verkaufen. Denn die Investitionen von 7 Pfund sind das hier, ich würde so sagen mit Versandkosten, um die 10, 12 Euro kostet das Ganze. Kann man natürlich machen und dementsprechend das Ganze weiterverkaufen. Dieser Deal ist wie gesagt noch aktiv und kann gerne nochmal geordert werden. Ich packe ihn unten in die Beschreibung. Könnt ihr gerne zugreifen. Dann gehen wir zum nächsten. Und zwar hier war das ein Lego Set. Und zwar ein Ninja Go Lego Set. Und das war natürlich der Hammer. Gerade kostet das Ding neu ab 25 Euro. Wobei hier noch 4 Euro Versand. Das dürft ihr nie aus den Augen lassen. Und im Grunde genommen, ja, für 29,90, ja, 29,50, ja, wenn man hier das Ganze betrachtet. So, und hier war das so, ich habe das auch gepostet und es war innerhalb von ein paar Minuten quasi weg, ja. Die haben hier auch eine begrenzte Stückzahl gehabt und dementsprechend war der Deal auch super schnell vorbei. Ich kann mal das Ganze hier einblenden. Und zwar, das ging auch immer hoch runter und dann war das irgendwann hier am 28. Ich habe es um 10 Uhr, ja, lass mich nicht lügen, 10.50 oder so gepostet. Und das Ding war beendet um 12 Uhr. Ja, tatsächlich bis 12 Uhr ging das und dann sprang das wieder hoch auf 24,80, ja. Lego ist super, super interessant für sehr viele. Und natürlich greifen hier sehr viele direkt zu. Denn bei Lego weiß es der eine oder andere, der sich damit auskennt, hat man hier auch eine gewisse Wertsteigerung bei gewissen, ja, Modellen und Serien, die im Grunde genommen nicht mehr produziert werden. Und dementsprechend ist der Preis auch hier sehr hoch. Wir können auch direkt hier über Ebay das Ganze auch checken und gucken. Da wird es um die 30 Euro verkauft. Also für das Dreifache, was man hier, ja, bekommen könnte, wenn man es für 10,14 Euro gekauft hätte. Ja, das sind einige Deals, die ich euch hier einfach mal gezeigt habe. Solche Deals, genau solche Deals poste ich in der WhatsApp-Nachricht bzw. in dem Newsletter dafür. Registrier dich gerne, melde dich an. Ich nehme dich da in den Verteiler mit auf und werde dir diese Deals dann zur Verfügung stellen. Und dann kannst du zugreifen, um das Ganze weiter zu verkaufen. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat und freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, drücke die Glocke, so bleibst du dann immer auf dem aktuellen Stand. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, dass es viele erreicht und dementsprechend unsere Community wächst, um uns gegenseitig zu unterstützen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Erfolg beim Kaufen und Wiederverkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.